Wir sind in Bruchtal angekommen. Wir sind von dem fiesen Gandalf hier hingelockt worden, weil wir als Zwerge wollen ja gar nichts mit den Elfen zu tun haben. Ja, deswegen, wir haben uns schon hier vereinigt, um eine Demonstration zu starten. Zwerge gegen Elben. Die Elfen müssen weg. Die Elben müssen weg. Ich glaube, viel Erfolg wird das nicht bringen. Dann gehen wir doch mal los. So was liegt da unten. Müssen wir da jetzt wirklich hin? Was macht denn meine Kamera? Meine Kamera lässt sich gar nicht nach unten gucken, was denn da liegt. Ich habe ja ein Timing. Das kommt ja direkt aus der Hölle. Oh Gott. Da wird nichts getroffen. Moment mal, da hinten ist ja noch was. Hier, guck mal. Was macht der Kollege da hinten eigentlich? Wo ist denn bei dir da hinten? Ach da. Kannst du dich nochmal beweisen hier. Oh Gott. Das wird nichts. Und wenigstens habe ich das getroffen. Der will nach Hause da, oder? Ja, der ist auf der Flucht. Der will da bauen. Der Elfen mag er gar nicht sehen. Kann ich verstehen. Wer mag das schon? Ich stelle mir so ein bisschen wie England vor, vom Essen her. Warte mal, ah, da hole ich noch gar nicht rein. Das ist immer nur Lampards Brot. Gander! Ja, Herr Elrond. Ungewöhnlich für Orks, unsere Grenze so nahe zu kommen. Irgendetwas oder irgendjemand hat sie wohl angelockt. Ah, das könnten wir gewesen sein. Willkommen, Tore, Sohn des Treinen. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Und was wolltet ihr auf der großen Oststraße? Kostan, Burgos. Das war beim Film nicht so. Dass die Hand ihm gewinkt hat? Ja. Das wissen wir noch nicht. Das weiß ich halt auch, oder? Also, wenn er wirklich will. Glaub nicht. Er hat sogar mit dem Auge gezwinkert, so nach dem Motto, ich wüsste schon, wie man die liest. Aber ich wollte euch jetzt unbedingt zu den Elpen lotsen. Ja, das war eher dieses Augenzwing, genau. Ich hab doch gesagt, die Elpen können es lesen. Haha. Jetzt gleich mal Brocktal zu schütten, Asche, ja? Ich will aber den anderen wieder haben. Da die Bank, die Bank, die Bank wird auch schon mal zerlegt, hier. Hoppla. So, wo gehen wir denn hin? Jetzt gibt's doch mit Sicherheit hier jede Menge Charaktere oder irgendwas zum Freischalten, oder? Was war denn das hier eigentlich? War das Geschichte? Ja, ne? Das war Geschichte, das war diese Leitgestelle. Könntest du helfen? Ich will wissen was. Oh, ich, ich kann helfen. Noch immer suchen die Orks diese Lande heim. Sie greifen im Schutze der Nacht an und lauern in dunklen Höhlen. Die Dunkelheit ist ihr Verbündeter. Also wäre eine leuchtende, düster Waldfiole eine große Hilfe im Kampf gegen die Orks. Darf ich dich bitten, mir eine zu beschaffen? Klar, ich beklau einfach mal schnell Frodo. Ja, aber da haben wir ja quasi wieder das gleiche Objekt wie bei dem Herr der Ringe, ja? Aber momentan kann das der Gandalf auch mit so ein bisschen... So, da habe ich jetzt eigentlich richtig... Die goldene Spur. Achso, ja stimmt, das war mit diesem Crafting-Material. Wir haben jetzt eine kleine Pause zwischen den letzten Aufnahmen gehabt. Lass mal wieder einen finden, dass wir alles auseinander schlagen. Ja genau, das muss man so richtig akklimatisieren. Hopp. Hey, was ist denn das? Kann ich nicht hier markieren? Wie, das ist kein Lego-Strauch. Guck mal, das ist ja total... Ja, siehste mal. Da oben muss irgendwie... Was ist das? Uh, ich kann Gesteins abbauen. Hast du schon abbauen? Ja doch, hast du... Ich glaube immer wohl meinen, den großen Hammer hat, dass der auch abbauen kann, aber der kann man... Ich will gerne diesen abbauen, ich weiß nicht warum. So, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Das ist immer die Frage der Frage. Hä? Ach, come on ey. Ich habe aber auch eine Trefferwahrscheinlichkeit von null. Wo hat mich das denn jetzt hingelotst? Achso, Moment, da geht es ja noch... Da geht es noch das Treppenhof. Also Stühle und so Zeug brauchen wir hier ja nicht. Nee, die Elben stehen da sowieso immer rum, wenn man sie sieht. Ich meine, im Prinzip müssen wir anhand vom Crafting, müssen wir echt ein bisschen Zeug wegfarmen. Ne, ist das leider so. Ja, wenn wir das Zeug bauen wollen, wenn wir ein bisschen Nebenquests mitmachen wollen, dann ja auf jeden Fall. Boah, Kamera? Moment, was ist denn mit ihr hier? Ah ne, die putzt hier nur. Ja, okay, die putzt hier nur. Aber ich bin hier bei dem weißen Stein. Ah, da oben ist er. Irgendwie komme ich da hoch. Sind wir gerade im selben Eck? Ne, du bist beim anderen weißen Stein. Ich bin noch gar nicht, wo ich da sein wollte, sehe ich gerade. Ach, hey. Ich habe ja auch noch so eine Kletterpassage wieder gefunden. Wir haben keine Elben zufällig in der Gruppe, ne? Noch nicht, ne. Dann komme ich da nicht hoch. Boah, ich habe eine Höhle gefunden. Eine Höhle. Achso, jetzt bin ich wieder raus. Okay, gut. Eine Höhle. Eine Höhle. Was sind da oben? Wie die alle da einfach auf den Straßen rumschlafen? Was ist denn da los? Wenn du die Möbel kaputt machst? Also das tut hier nichts zur Sache? Ich glaube schon, ja. Oh, da will mir jemand Hilfe. Oder du kannst ihn kaufen. Ich konnte nicht überhören, dass einer deiner, ähm, geschätzten Zwergengäste vorhin ein Gericht namens Pommes erwähnte. Ich möchte das selbst einmal probieren. Wenn ich etwas namens Kartoffel hätte, könnte ich es zubereiten. Das ist nur in der deutschen Version so, oder? Ne. Wie heißen die noch? Höften heißen sie ja auch noch. Ähm, komm ich da drüber? Wie kommen wir denn hier oben? Was sind wir denn jetzt, dass ich da jetzt? Das Luft? Ne. Oder doch? Ne. Nur Kohle. Da ist ja nichts. Oh, da leuchtet. Die Kamera tut sich bei mir gerade ein bisschen schwer. Ja, keine Ahnung, die ist recht. Ja, ja, das ist bei mir auch. Hackelig. Hä? Ich komm da gar nicht drüber? Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Joke? Wo geht es denn eigentlich weiter mit der Story? Nicht, dass ich die versinnlich tricke. Ich weiß es nicht, aber. Ich kapiere es noch nicht so ganz. Ich markiere mir einmal was her und dann komme ich da nicht hin. Das ist doch echt schon wieder flieg. Ja, wenigstens funktioniert mal die Markierung. Bei mir geht das nie. Gut, ah. Doch, doch, doch. Geht doch. Ja, ja. Aber er zeigt mal den Weg nicht an. Oder können wir nur eine Sache grundsätzlich... Nee. Nee, nee. Bei dir funktioniert es ja. Deins funktioniert ja. Bei mir funktioniert es nicht. Das markiert zwar, aber er zeigt auch keinen Weg an. Also ich darf dann immer wieder zum Map und mal so grob orientieren. Ah, okay. In die Richtung muss ich. Achso, ich glaube, ich sehe schon mal dich. Ah, hier haben wir wieder diesen Raum. Wo muss ich denn jetzt schon wieder... Wo muss ich denn jetzt schon gehen? Holz gesammelt. Oh, da ist das Schwert. Äh, oder auch nicht. Was ist das? Hä? Was mache ich denn hier? Ach, das sind die Sachen, die wir bisher gebastelt haben. Ah, okay. Ich habe da... Was gefunden. Da komme ich aber zum einen nicht hin. Und zum anderen, ähm... Selbst wenn ich da hinkäme, würde es mir auch nichts bringen. Weil das ist ja wieder so eine Kristallkiste. Aber das ist doch immer noch nicht das, was ich suche. Ach, da unten muss ich lagen. Mein Gott. Da ist ein Schiff. Drücke Y, um in ein Lego-Boots zu steigen und das Wasser zu überqueren. Steig wieder aus, indem du in der Nähe eines Stegs nochmal Y drückst. Okay. Der Zwerg geht auf Wanderschaft. Er flüchtet. Ich suche hier diese blöde... Diese blöde Karte da, diese Entwurfskarte. Aber warum nutzt mich das denn da zu der Insel rüber? Ich will... Da ist doch nur dieser Kristall. Den kriege ich doch gar nicht auf. Da ist ein weißer Stein. Der möchte aber nicht von mir gefangen werden, glaube ich. Okay, wir wissen schon mal, wo wir hin müssen. Zum Mondaltar. Ja. Ich habe noch keine Ahnung, wo der ist, aber gut. Oh, das wollte ich nicht. Komm hier nicht weiter. Das ist schade. Was ist denn da hinten? Die Ahnenpantoffeln. Dann gucke ich mal, wo ich die Ahnenpantoffel... Oh, ich brauche den Zug, Yogi. Wir waren das nochmal... Wir konnten da diesen Flegel machen. Der mit der Kabel, oder? Nee, der mit der Kabel kann nur abbauen. Sicher? Äh... Ich glaube, zwei Stück in der Gruppe. Der war es, glaube ich. Ja. Ich habe ein Tor hier öffnet. Ich habe irgendwas eingesammelt. Ich sehe es nur nicht, weil die Kamera so scheiße ist. Der war auch noch kein Charakter, der schwingen kann, ne? Also ich wüsste schon, wer sein Ding schwingt, aber ähm... Sonst nicht, nein. Nee, nee, nee. Und mit dem Schwinger können wir, glaube ich, auch nicht weiter an der Stelle. Das funktioniert nicht. So elastisch ist das nicht. Ich sehe schon, ich finde wieder nichts. Also... Ich finde zumindest nichts, wo ich auch wirklich selber was machen kann. Ich habe da kein Gespür für. Ich habe schon wieder irgendwie... Okay, da ist ein nächster Raum. Dann gucken wir doch mal, was man da finden. So, bin ich wieder bei dir irgendwie. Was ist man denn jetzt? Oh, oh. Oh, in der Löw warst du bei dem Stein da oben schon, ja, oder? Ja, da kommt man nicht hin ohne einen Elben, der ein bisschen mitspringt. Okay, und die anderen Sachen hast du ja schon aufgedeckt, was man da braucht, ne? Ja, dachte ich zumindest. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt hier mache. Muss ich denn dahinter, oder was? Ah, da ist ein... Oh Gott. Chomp and run. Das heißt, hier roten? Drauf 194. Ich habe eine Kurbel. Ja, dann kurbel doch mal. Kommt sicherlich was dabei rum. Ich muss erst mal da... Weißt du, wie schwierig das ist für ein Zwerg da in diesen Höhen rumzuspringen? Oh Gott. Oh Gott. Frischluft im Allgemeinen, ja. Das ist schon eine Zumutung. Ich weiß zwar noch nicht, was ich jetzt hier treibe. Eine Treppe. Das wird Herrn Elrond aber gar nicht gefallen, dass du hier ganz brutal umgestaltest. Der soll sich nicht so haben. Das ist ja nur für einen guten Zweck. Nämlich meinen. Oh. Da, 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 da. Oh, schön. Achso, da komme ich jetzt gar nicht hin, solange wir... Sind die roten Sachen noch gar nicht zugänglich? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ach Mann. Warum drehe ich denn immer noch eins ins, 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 ins Häufchen hier gerade? Ich weiß aber immer noch nicht, wo unsere Hauptfest uns hinführt. Irgendwie zum Mondaltar. Aber wo ist denn der Mondaltar? Fürst Elrond erwartet deine Anwesenheit am Mondaltar. Ja, danke. Das ist ja die Tür hier. Die Tür hier. Könnte das sein, dass die Tür hier der Weg ist, wo es weitergeht? Die Tür, der Weg, wo es weitergeht? Ich weiß es nicht. Na ja, ähm, guck mal bei mir auf die Karte. Das, was ich gerade markiert habe. Ich weiß es nicht. Ja, ich sehe schon, was da... Elrond erwartet deine Anwesenheit am Mondaltar. Mitrieltanzstiefel. Okay, ich markiere mal den Weg und laufe mal hin. Offensichtlich kann ich hier sowieso nichts richtig machen. Dann mal gucken, den Weg werde ich wahrscheinlich auch nicht finden. Mondaltar. Das klingt doch da oben ganz gut. Das heißt, wir treffen uns da, ja? Ja, aber ich... Lass mich jetzt mal gucken, ob ich den Weg finde. Dann können wir uns da treffen. Der will mich immer wieder da durchführen, wo ich nicht langkomme. Ja, das hatte ich jetzt auch schon. Ich fühle mich verkeiert von den Elben. Das ist aber kein Altar. Das ist nur ein Feuerchen, was jetzt aus ist. Ich habe so das Gefühl, ich laufe nur im Kreis. Da guck mal, da geht es auch weiter. Oh Gott. Ich habe mich schon wieder falsch. Aha, Volltreffer. Na, alles doch. Geht doch. Also hier ist noch diese eine Höhle auf jeden Fall mal. Und den Mondaltar. Hier geht es auch gar nicht weiter. Und dann... Das ist ja alles hier nur Kulisse. Da komme ich ja gar nicht rein. Was ist denn da los? Ich will da rein. Äh, Kamera, bitte verwirren Sie mich nicht. Ah, da kommt es aber dann nur mit den Elben hoch. Okay. Ja, genau. Und das Einzige, was da hinten jetzt noch wäre, wäre diese Höhle. Wo ich schon mal ganz kurz drin war und dann wieder rausgelaufen bin. Vielleicht... Guck mal da mal rein. Vielleicht ist da ja ein Mondaltar drin. Da gibt es auch wieder was für Elben. Äh, was? Oh, ich bin wieder raus. Hä? Ach so. Okay, jetzt kriege ich das. Das ist jetzt ein richtiges Elben-Hüpf-Spiel hier. Sehr. Ja, wenn ich es gedacht. Dass wir den Elben im Spielzimmer entdecken haben. Das fällt mir nicht am Mondartar. Ja, die Trainingsgründe hier. Ja, ich glaube auch. Das war alles kaputt. Das sieht jetzt ja nicht. Eher aus wie für... Wenn du einen Elben hast, kannst du hier ganz viel Spaß haben. Hä? Was ja an sich schon Widerspruch ist. Elben und Spaß. Ja. Da ist da noch... Irgendwo muss doch so ein blöder Altar sein. Das kann ja wohl nicht sein hier. Wo ist denn der Elrond? So ganz weit hinten, wenn wir es jetzt nicht versteckt haben, gehe ich von aus. Wenn ich mal die Putzfrau fragen könnte, ne? Ich fühle mich wieder da durch. Ja, Moment. Kann das sein, dass der mich nur mit einem richtigen Zwerg durchlässt? Nee, warte mal. Das war der falsche. Wo ist denn der charismatische Paarträger? Da. Oh. Erstmal nimmt der alles nicht auseinander. Was zu essen. Erstmal was zu futtern. Nein, ich will nur die Materialien. Schlaf ermolchelt. Nein, ich will ja nur die Materialien. Die wacht auf und ihre ganze Wohnung ist weg. Super. Schatz, du hast meine Wohnung geklaut. Da waren die fiesen... Orks. Ja, nachts. Ja, genau. Die Orks waren es. La, la, la. Ne, warte mal. Da geht es doch wieder... Ach, ne. Da sind wir hergekommen. Da geht es wieder raus. Äh, ich versuche jetzt mal den komischen Altar ausfindig zu machen. Der muss... Sagt einer, will Hilfe. Wo ist denn der schon wieder? Ne, da ist keiner. Achso, das war die Treppe, die hast du schon gemacht gehabt. Also, versuchen wir es mal anders. Wenn ich ein Altar wäre, wo würde ich mein Altar einstellen? Ich bin abgestört. Mich labert einer immer voll, dass er um Hilfe mich bitten möchte, aber ich sehe den nicht. Okay, da kommen wir noch nicht rüber. Das ist ein reisender Fluss. Wo kann man da hinreisen? Ja, in Abgrund. Ah. Ich bin schon da verpflanzt. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Es ist sehr unübersichtlich, zugegeben. Konnte man nochmal irgendwie rennen? Ne. Wer labert mich denn da immer zu? Da ist doch gar keiner, der mich um Hilfe bitten kann. Wo ist denn der? Ist der unter der Brücke vielleicht, oder was? Sag mal, drück auf mein RT, aber ich weiß nicht, ob das auch schneller ist. Nicht wirklich. Zumindest wechsel die Animation dann, dass es so ausschaut, als würde er etwas flitzen. So, jetzt bin ich glaube, ich glaube, da, wo du auch schon mal warst, mit dem Trug hat. Hier sind überall Bluthähne versteckt. Wo laufe ich denn da? Ich laufe jetzt mal stur. Mein Marker hinterher. Äh. Der jetzt verschwunden ist. Ach, da. So, lass mal auf. Ich bin jetzt der richtige Zwerg. Lasset mich hinein, sonst gibt es mal auf die Glöten. Meine Güte, dieser Elrond dreht ja nicht. Halt's mal. Fürst Elrond schläft wahrscheinlich gerade. Hä? Ich schnall's nicht. Oh, warte mal. Ich hab da... Teetrinker... Teetrinker-Elben. Auch nicht Elrond, ja. Darf ich mich wieder zugesellen? Ganz mal nackt auf den Tisch. Aber da ist aber auch nirgends wo... ...ein Zeichen, wo man hin muss. Verhaupt besttechnisch. Ja, genau. Das vermisse ich halt hier irgendwie auch so ein bisschen. Wir fangen im Bruchtal. Na, herzlichen Dank. Ja. Wenn du mir das nochmal sagst, schlage ich den Kopf ab. Ganz ehrlich. Das war total lieb gemeint. Komm, ich probier nochmal was. Vielleicht ist das der Trick. Kamera, lass mich doch wieder hoch gucken. Ich will wissen, was das ist. Ach, das ist aber ne riesige Eule. Sieht aber cool aus. So, ich hab keine Ahnung, wo ein Mondaltar hier rumpimmelt. Jetzt hab ich hier nur ne ganzen Erz vorkommen. Die ich natürlich nicht abbauen kann. Ähm. Ohne Scheiß, da kann doch nicht einfach... Da kann doch nicht einfach nicht da sein. Da muss doch irgendwo da sein. Da kann ich nicht... Ach komm, jetzt muss ich erst wieder die Kurbel holen. Oh Mann, dieses Spiel. Ach, du bist da auch wieder. Oh nein! Kein Mondaltar, glaube ich. Jetzt bin ich auf dem Dach. Fürst Elrond erwartet eine Anwesenheit am Mondaltar. Ja, halt die Klappe. Das weiß ich selber, dass ich an dem Mondaltar haben muss. Aber ich weiß auch nicht, wo es lang geht. Fühl mich doch mal hin, du komischer Elb. Warte mal, was ist das da oben hier? Warte mal, geht's hier zum Mondaltar? Moment. Bin da was auf der Spur. Ne, da war ich auch schon. Da oben ist nur die Tee-Party jetzt da, wenn du links die Treppen hoch gehst. Kannst du helfen? Jeder labert mich an. Kann nicht helfen? Bei dir war ich doch schon. Und nein, ich kann dir nicht helfen. Ach, das war das wieder. Okay. Ja, super. Wir brauchen erstmal ein Spiel für. Aha. Die Gesamtlösung. Ach, das ist die Tee-Party, die du meinst. Okay. Ja. 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 Vielleicht ist es ein Mondaltar ja nur am Tag. Die ist nie. Ich meine, das ganze Komplex, da waren wir doch jetzt schon überall hier. Das ist hier die Tee-Party. Da war nix, da war nix. Eigentlich muss es doch, also wenn ich, wenn ich die Elb wäre, würde ich das doch irgendwo aufbauen, in einem großen Gebäude. Das war ja mehr in so einer Höhle, der Altar. Ach, der war in der Höhle? Ja, so mehr so in der Höhle, die dann so ein Balkon nach draußen hatte und da dann in dem Moment gerade der Mond auch hingeschienen. Also ich vermute, wir müssen da irgendwie an den Tödeln vorbei mit der Elb runter, weil du zum Mondaltar. Mal dahinter kommen wir nicht, außer mal kommen wir an denen vorbei. Aber Totschlagen geht nicht, warum auch immer. Oh ne, jetzt müssen wir den ganzen Rotz nochmal machen. Ach, komm schon. Meine Vermutung ist ja, dass es da oben weiter geht. Warte mal, ich probiere es jetzt doch nochmal. Die Höhle ist es ja auch nicht. Da waren wir ja schon drin, da ist ja auch nix gewesen. Wir haben da auch echt keinen Schwinger-Elf. Keinen Swinger. Platz. Ja, warum geht das jetzt nicht auf? Verschrollene Mittelerde. Wir werden nie rechtzeitig zum... Der Drache stirbt vor Langeweile. Der übergibt uns den Berg freiwillig. Aber da geht es doch auch in den Berg rein, oder? Da, wo die da stehen, die ganzen Kasper. Ja, laut Karte geht es da zu neuen Gebäuden. Definitiv. Frage ist nur, wie kommen wir an denen vorbei? Oder wir suchen ganz falsch. Müssen wir vielleicht wieder aus Bruchtal erstmal raus? Nee, das war definitiv in Bruchtal. Kannst du nochmal nach Breh laufen? Vielleicht ist da das Ding. Warte mal nach hinten. Geht es aber auch irgendwo. Ach, geh. Du und der komische Treppe da. Okay, da haben wir nur Dings, aber hier geht es. Das muss doch eigentlich auch ziemlich prominent sein. Nee, ich kann da nicht vorbei, ne? Alter. Ich schnall's nicht. Wo ist denn dieser scheiß Mund? Alter. Alter. Such. Warte mal. Ich glaube, ich suche jetzt mal, wo der ist. Sonst sollten wir glaube ich ja noch morgen da. Na, ich bin gerade was auf der Spur. Warte Gott. Ich hab mal meine Markierungen vom Ding gelöscht, dann hat er, hat das Spiel mir, ähm, ne neue Route gegeben, automatisch. Das ist ja mal gar nicht so doof. Lauf dem jetzt mal hinterher. Kannst du helfen? Hä? Mein Gott, wo laufe ich denn da lang? Ach, da unten geht's auch noch weiter. Okay, das Eck habe ich so noch gar nicht gesehen. Ich auch nicht, da war ich noch nicht. Immer da, wo man nicht guckt, ist es so. Da ist sogar ein Pfeil angeschrieben hier. Links bitte dann. Guck dir gerade gespannt zu. Da braucht es irgendwas. Was ist denn da drin? Ist da ein Ork dahinter? Ist das ein Gefängnis? Lass mich da raus. Lass mich da raus. Ja gut, wir haben ja da, haben wir nicht gerade irgendwie so ein Ork angeschleppt oder angelockt. Herrgott, ich glaube, ich habe ihn. Das, da leuchtet auch da schon. Okay, also gut. Wie es aber dort weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Wow, Cliffhanger. Cliffhanger. Bis dann. Tschüss.